Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rocket League. Wieder mit Svenny. Willkommen zurück in der Kautentruppe. Ich bin schon, ich merke gerade so ein bisschen, ich bin glaube ich schon etwas wortfaul geworden. Wie vielte Folge ist das jetzt? Siebte? Sechste. Sechste. Heftig, heftige Aufnahmesession. Krass, 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 unbedingt angucken. Angucken lohnt sich auf jeden Fall, denke ich. Sonst kommt deine Mutter. Hast du? Ich mach mal hier den... Ach ne. Achso, ne, ich brauche gerade hinten. Gerade hinten geht's schön. Oh, die sind nicht schlecht, die sind nicht schlecht. Oh ja. Schön. Wah! Wah! All safe. Schön. Na! Scheiße, wieder zu sehr nach rechts gehauen. Na, das war mir klar. Einfach nur ohne Sinn im Verstand. Schöp. Danke. Schönes Ding. Kein Problem. Keine Ohr, bin keine Kekse. Oh. Geh mal nicht schön. Okay. Jawolle. Danke. Schön. Die haben wir auch schon wieder. Im Sack, aber die. Schlacht Laune an die. Am Sack. Am Sack. Ich bin gerade übel müde. Alter, was ist denn los? Da. Sehr schön. Schön, dass du vorbeigeflogen bist. Hat mir eine Chance eröffnet. Gefakt. Oh. Gefakt. Das. Seinlich sehr gut. Ich muss noch ein boost her. Ich muss noch ein boost her. Ein boost. Hab ich. Okay. Oh. Ich bin gerade noch so weggekommen. Da bin ich nachher. Schön. Oh, schade. Der noch? Jo. Schön, schön, schön. Und du? Du schon weg. Oh, der erste ist schon weg. Hä? Okay. Aber GG schreibt, oder was? Ich verstehe den Frust. Ja, ich auch. Aber wir sind ja bald wieder weg, ja. Wie gesagt, im Oktober, November 2017 war das noch so? Nee, da waren wir noch lange, die Bronze 3. Ich hab 2017 angefangen. Ja, im Herbst rum. Mit mir wieder. Ja, Oktober. Das war damals, das erste Mal dieses Oktober-Event hier. Halloween. Achja, stimmt. Ja, hab ich angefangen. Jetzt kommt schon fast das dritte Oktober-Event. Ja, oder? Wie gesagt, klar, man wird besser. Aber für die lange Zeit ist es trotzdem noch einfach schlecht, muss man sagen. Ja. Sind wir einfach scheiße. Wir sind so. Ja. Jo. Grüßt. Hab ich? Jo. Schön. Blu. Warum steht denn bei dem Blu da so orange? Schweinehund. 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 Ach Ja. Boah, ja. Boah, da ist schlecht. Boah, da ist schlecht! Ach, sch拜�. Boah, hat es schlecht ist, Schade, so schnell gingen. Boah, da ist schlecht! Schön. Schön. Komm, bitte. Oh! Schade. Das wär's gewesen. Hab ich. Sehr gut. Ich stehe hier und warte. Schön. Ein schöner Pass. Das wird mit SZ geschrieben, du Homo. Oh, jetzt war mein Sprungtester nicht funktionieren. Hier, rüber. Gerne. Schön. Oh, den haben wir. Den hast du, oder? Nein, den haben wir. Er hat mich gebammt. Schön. Tim, warte. Schön. Schön, oder was? Danke. Es geht nur schön, schön, schön. Das ist eine aufregende Folge. Danke. Ich bin nicht so sehr. Ja, wir nehmen, denke ich, schon zu lange auf. Wir gehen nicht daten. Da unten. Ja, du doch gerade den Google-Übersetzer benutzen, oder? Ja, ja. Da, uh! Da ist der Beister. Uh, ah, nein, der schniss einfach nicht aus. Uh! Ah! Danke, nein! Geil! Mijirenk ist dort. Was? Holländisch verstehe ich sofort. Tic-Tac-Ti-TV. Oh! Ich bin nämlich halber Holländer. Oh, fliechende! Oh! Oh, fliechende Holländer! Uh! Scheiße! Jetzt... Jetzt hauen sie uns weg. Ja. Ja, da hab ich nicht gerechnet, dass das so beschissen könnte. Oh, come back. Da. Tic-Tac-Ti-TV. Oh, da hat das hässliche Raketen-Auto. Mensch, da! Mensch, da! Schön. Mein Bu- Oh! Deckel ist noch mal... Uh, schön. Ich bin hier drüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü aber wir sind froh dass ihr nach so vielen folgen mittlerweile noch dabei seid und noch guckt euch das antut auch wenn es heute wieder etwas ruhiger zugeht wir sind immer keine entertainer wissen die mal gamer profi gamer und die reden eh immer nicht viel richtig die überzeugen mit skill wir haben beides nicht können nicht reden haben kein skill oh schön na schade geploggt gut 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 schön Oh, geil. Guter Schuss. Das war sexy. Geil. Ich hab keinen Boost. Ich muss erst mal zurück. Okay. Dann geh ich noch mal rein. Ich hab jetzt keinen mehr. Verdammt. Ich wurde erst mal freigeräumt wie so ein Bulldozer. Weg da. Ihr Boost. Freundchen, das war ein Fehler. Oh, schade. Oder? Oder? Ne. Nurgens Boost. Schwierig. Oh, ist das leider wieder vorbei. Ach. Schade. Schade. Cool Spiel. Hatte Spaß gemacht. Prima. Jawoll. RoggeBass 9. Ein Seestern. Oh. Oh. Ich hab nen neuen Rahmen. Ohohohohohoho. Ohohohohoho. So, wir sind gleich Silber mein Freund. Stimmt. Ich hab grad Liga 4 geworden. Ich auch. Oha. Dann wird's. Ich denk mal so richtig beschissen wird's erst wieder Gold. Ja ja. Und Platin 1 noch. Und dann ab Platin 2 räumen wir wieder alles weg. Gold, stimmt. Da haben wir immer was in der Phase zu nennen. Wo es da so ein bisschen hin und her geht. Die Bronze Bastards. Okay, das sind Smurfs. Okay. Jetzt nicht. Sehr schön. Die machst du immer sehr gut. Ö. M. G. Das heißt A. M. G. Oder guter Schuss. Das wär deine Chance gewesen. Das stimmt. Aber da bin ich halt einfach nicht. Ich bin Käse Venni. Oh shit. Sorry. Alles gut. Schön. Drüber gehievt. Jawoll. Schön. Schön. Schön, der Pass. Schön, dein Rad. Mein Rachtenrad. Ja gut. So, für die Bronze Bastards oder was sie lesen hier. Ist gleich Feuer an dir. Ist jetzt nicht so pralle, Kollegen. Uh. Shit. Ja, schade. Okay. Ich dachte. Ja, ich dachte schon. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Schön. Oh. Okay. Oh. Okay. Oh. Sorry. Alles gut. Voll weggewälzt. Shit. Ach scheiße. Nein. Ich muss mal kurz hier aufdanken. Ich muss mal kurz hier aufdanken. Jawoll. Schön. Alles klar. Oh. Die kommen immer mehr aus sich raus. Zuerst war es nur ein OMG. Dann war es ein Wow. Und jetzt kommt schon ein guter Schluss. Oh. Oh. Freunde. 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 Warum tun wir uns das an? Das ist ne gute Frage. Es ist ja nicht so leicht die ganze Zeit mit so einem Y-Ski wie wir sind zu spielen. Hehehe. Hehehe. Fein wie wir sind. Hehehe. Ja, ist ja bescheuert. Oh. Das war in welche Richtung. Ich werde meinen Fehler ausbessern. War gut. Fein. Hab doch gesagt, ich werde ausbessern. Du feines. Feines. Prima, du. Klasse. Find's so schade, dass du, wenn du bei uns hier im Neste wohnst, du nicht mitten in der Nacht noch ne Pizza bestellen kannst. Tja. Oder halt einfach irgendwas anderes. Das war's glaube ich, oder? Noch ein eins? Okay. Ich glaube ja. Ja, das ist ja egal wie lang die Aufnahme ist. Ist doch. Ihr habt ja länger Qualen zu erleiden. So sieht's aus. Ich würde aber dann sagen, dass das jetzt erstmal auch für uns ist. Ihr könnt dann gerne noch mal ne Runde rumdaudeln. Aber ich bin langsam echt kaputt. Ja ne. War erfolgreich heute. Ja. Definitiv. In Bronze konnten wir uns schon mal behaupten. Ja. 300 Punkte schon. Oho. Ja, aber ich darf's drin. Ne. Aber. Oh ne. Schön. Ah, die sind jetzt schon obelig besser. Nein. Oh Gott. Oh. Ich hab absolut null Booster. Ne. Naja. Alles gut. Schön, guter Schuss, guter Bass, guter Schuss, geil. Wie könnten, wie könnten wir sein? Ja. So, na gut. Guck mal, jetzt lappen sie sich schon voll. Ja. Unsere Chance. Jetzt legen wir uns los. Komm, du wörzige Knöme. Das klingelt so in der Kiste. Oh, fuck. Soll ich den Wettel auch noch schon kommen? Den hinten? Oh. Den hast du, ja? Nein, aber es ist zu weit weg. Fuck, kein Boost. Scheiße getroffen. Ohne Boost vor ich heut Nacht nicht heim. Ohne Boost kann ich heut nicht mehr sein. Alter, der eine ist nicht schlechter. Oh. Scheiße. Ah, fuck. Sorry. Ah, das ist ein typischer Rollschuss eigentlich gerade eben gewesen. Oh, schön. Okay. Sehr schön. Oh, Spiegel ist gerade richtig kaputt, ey. So wie schon am Ende? Ein Euro Marathon wieder. Ja, definitiv. Die. Das Gute ist, ne, das merken jetzt die Leute nicht, auch wenn wir das erzählen. Du brauchst in der nächsten Woche nicht aufnehmen. Ne. Weil wir haben ja genug Material, aber du hast genug Material. Oh, shit. Da haben wir es geplant. Oh, schade. Ciao, Bella. Ah, da steht er doch. Weg. 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 Okay, dann hab ich gut geblockt. Das war spannend, oder? Warte, hieß... Ja, ich... Da einfach... Der geht drüber. Mach du mal bitte. Das ist gut gemacht. Mach mal ein Boost. Komm. Sehr schön. Jo. Sehr schön, noch was. Geil, geil... Oh, scheiße, ne. Jetzt schießt du. Ja, heil! Alter, hätte er den jetzt noch getroffen. Ich hätte den Glauben verloren. Schön! Geil! Traumhaft! Guter Schuss! Guter Bass! Geil! Geil! Hab ich. Sehr schön. Musst du noch mal haben? Okay. Das noch mal? Jo. Aber... Schade. Schöner Kock. Fange ich schön an zu reden, wie du rei. Hehehe. Bullshit. Au! Ah, schade. Das wär richtig fett geworden. Geh, Busner! Oh, ich... Aber auch, der war alle. Au. Uh! Ja, das geht nicht. Also. Warte ich. Achso, okay. Nein! Oh! Schön! Haha. Das war eine Barade. Ja, klar. Hast du den? Nein! Nein! Na gut. Okay. Gott sei Dank. Denke zu. Aber du es. Ja. Okay. Busten. Okay. Ich denke jetzt wird es zu Silver 3 reichen. Ach, Silver 3. Aber es springt gleich mal alles. Jawoll. Da geht noch rein. Komm, jetzt wollen wir nur zusammen ohne Flicken. Okay. Nur Busten. Und Flick. Ah, fast. Oh, scheiße. Es war ein wunderschönes Spiel. Sehr gut gespielt. Uiuiuiui. Du leck mich fett, Alper. Wir haben es geschafft. Silber 1. Herzlichen Glückwunsch. Dir auch, mein Guter. Bronze durchgespielt. Und somit sind wir auch das nächste Mal in Silver unterwegs. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Macht's schön gut. Tschüss.